Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Zurückführen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Führt zurück. Führt er zurück. Hat zurückgeführt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich führe zurück. Du führst zurück. Er führt zurück. Wir führen zurück. Ihr führt zurück. Sie führen zurück. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich führte zurück. Du führtest zurück. Er führte zurück. Wir führten zurück. Ihr führte zurück. Sie führten zurück. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe zurückgeführt. Du hast zurückgeführt. Er hat zurückgeführt. Wir haben zurückgeführt. Ihr habt zurückgeführt. Sie haben zurückgeführt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich führe zurück. Ich führe zurück. Du führest zurück. Er führe zurück. Wir führen zurück. Ihr führet zurück. Sie führen zurück. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich führte zurück. Du führtest zurück. Er führte zurück. Wir führten zurück. Ihr führte zurück. Sie führten zurück. Den Schluss macht der Imperativ. Führe zurück du. Führen zurück wir. Führt zurück ihr. Führen zurück sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb zurückführen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Möpingle. 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 Vielen Dank.